Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Fight Legends Unite, Aufnahme 3, um es genau zu nehmen. Ein Todesaufnahme 2, meine andere Aufnahme ist leider abgeschmiert, leider abgeschmiert, wenig zu gespeichern. Was soll ich synchronisieren? Was soll ich synchronisieren, du Sack? Was? Ach, du hörst mich schon wieder. Ich musste gerade irgendwas synchronisieren. Ist das nicht meine Schuld? Ja, das ist meine Schuld. Trotzdem. Aber mein Auto sieht doch gut aus. Da hat Internetprobleme. Ey. Wir haben ihn nämlich immer mehr. Nein. 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 Ich habe mich kaputt machen, bitte. Nein. 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 Wir waren, ey. Nein. 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 Gut. Guten Tag. Ja. Ach. Tudo gut. Ichib dir den? Das ist alles nicht meine Schuld. Die Droh. Jetzt aber wer den Bomben hat, ne? Überhin kannst du mich nicht kaputt machen, ja. Oof! Oof! Das ist ein bisschen zu verletzt, aber ich kann das ein bisschen zu verletzt. Was ist denn das? Am Pumpe nuchst du mich doch schlimm Kein Pumpe Sobald ich meine die Pumpe vielleicht noch voll ist Ah Dich ja schon immer Internet zu filmen Erlich Netze Wichtiger Das ist zwar schon internet-for-Film, ehrlich Wichtiger 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 So, der hat gerade gekriegt. oh im was noch ein bisschen zu machen ein bisschenlascht Untertitelung des ZDF, 2020 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 wohl dass das den wagen kann ich kann mir nicht leisten ich arbeite nur nicht mal solo du weißt warum ich nicht bereit mache wieso guck dir dein auto und guck dir mein auto an oder nee lass dein auto ist okay dort immerhin steht einer auf eine haus voll nein du sack nimm dein ds i-tends was okay warte nimmst du alle auge und ich nehm den hier bitteschön bitteschön geh auf bereit jetzt du sack mach erst du behalt nö mach erst du bereit nö 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 Oh? ... ... ... ... Das war die Ehe, direkt wo wir holen, das war die Ehe. das ist besser ja 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 das auto ja du hast verloren soll man sagen warum mein kabel hallo ja ja du hast immer noch internetprobleme das ja 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 Das ist vielleicht eine Freude. Was? Vielleicht eine Freude? Und? Spür. Das ist echt eine Spanne. Die ist eh Schockwelle? Nein. Da findest du dich auch? Wo brauche ich mich so? Hallo? Also wir müssen uns die ganze Zeit laufen, wobei das ein Ende ist, denke ich nicht. Ja. Na ja, aber die Schockwelle ist auch... Was? Die zweite Runde... Interessiert mich nicht. Das ist total schade. Das ist total schade. Hey, bei dir? Ich bin gesund. Ich bin gesund. Und das ist total schade. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ja. Ja. Ich verstehe dich nicht. Weiß ich nicht. Ja. Minimalschlecht. Ja. 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 Wir sind noch ein paar Flachen. Wir sind noch. Ja. Ja. Ninemalm. Ja. 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 ich habe 89 bei mir stehen ich habe 89 bei mir ich habe 89 bei mir ich habe 89 bei mir da bin ich darauf geachtet das sind 27 Sekunden ja und was ich jetzt sage ja aber das war es für diese Folge lacht doch gerne einen Daumen oben unter und da will ich nicht vergessen Tschüss ja Tschüss ja